Das ist ein 1-Stern-McDonalds und dieser hier hat 5 Sterne. Aber gibt es wirklich einen Unterschied? Beginnen wir mit dem schlechtesten. Ich bestelle 3 Dinge. Ein Big Mac, Pommes und ein Eis. Und während ich wartete, schaute ich mich ein bisschen um. Also Hände waschen kann man hier schon mal. Der Boden, zeig ich. Die Tische, fertig. Die Sitze, Holz. Das Interieur bekommt 2 Sterne. Aber die Wartezeit war nur 2 Minuten. Der Big Mac. Ehrlich gesagt gut. 3 Sterne. Die Pommes. Die sind echt gut. Das Eis. War gut. 3 Sterne. Warum meint der nur 1 Stern? Gesamtbewertung 3,2. Aber wie steht es mit den 5 Sterne McDonalds im Vergleich? Schon von außen sieht er viel besser aus. Guck dir die Tische an. Interieur, locker eine 5. Tische, sauber. Bestellautomat, check. Wartezeit, 1 Minute. Ist das nicht ein wenig besorgniserregend? Der Big Mac. Ungefähr gleich. Die Pommes. Solide 5 Sterne. Das Eis. Sehr gut. Es gibt definitiv einen Unterschied.